Yo Leute, was geht ab? Junkie, mein Name ist mein Name, ihr kommt wieder zum weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder in den Rundenfläppig geworden und los. Ich hab mal wieder Langeweile und Lust, ein Video hochzuladen, deswegen lädt es einfach mal hoch. Auch wenn wir hier wahrscheinlich total verkacken werden, ist natürlich kein Problem. Die müsste es euch natürlich nicht geben. Aber wenn ihr hier seid, dann... Ach ja, scheiße. Ja, seit dem letzten Mal kann es vielleicht sein, dass ich mich ein bisschen verbessert habe. Aber vielleicht auch nur so ein bisschen. Alles so. Okay. Ich werde nicht zu viele Runden spielen, so wie beim letzten Mal halt. Ja, eigentlich recht wenige halt. Und mal schauen, wie viel wir heute als Rekord schaffen. So. Ich hoffe, wir machen jetzt mindestens 50. Ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Okay, 15. Lol. Okay. Was? Das ist dann aber nicht so gut. Ich hab eben gerade auch zwei Runden gespielt. Einmal hab ich 10 gemacht und einmal 33. Da hab ich gesagt, scheiß drauf, nehm ich einfach mal auf. Und oh mein Gott, es läuft gerade. HDX. Mal schauen, ob wir 100 schaffen. Ja, muss ich auf jeden Fall gleich nochmal einen Screenshot machen für die WhatsApp-Gruppe. Geil, als Mutti hab ich angefangen aufzunehmen. Okay. Ich hab mir gerade recht konzentriert. Ich wette, ich sterb bei 99. 100. Okay, gut. Dann weiß ich auch, was ich in den Titel schreibe. Also, wenn ihr das halt hört, dann habt ihr's wahrscheinlich schon gelesen. Ja. Was? Okay, 108, mein Rekord war 179. Kann ich mal kurz posten in der WhatsApp-Gruppe. Wir spielen noch. Ja, so drei Runden können wir noch spielen. Mal schauen. Also, je nachdem, wie viel ich halt schaffe. Ja, wie schon gesagt, seit dem letzten Mal hab ich mich halt schon ein bisschen gebessert im Flappy Bird. Ja. Was? 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 I, Junge. Schlecht Schlecht Was machst du da? Hallo Also wenn wir hier gerade dabei sind Schaut bei Maxillus Let's Play vorbei Fuck Einfach so Gibst einfach meinen YouTube Maxillus LP ein Ey Okay gut Ich mach noch ne Runde Sollte es das auch mal wieder sein Ne 100 plus haben wir wenigstens gemacht Mach ich natürlich auch immer ein Call of Duty Also jede Runde natürlich Was Okay Frust Mach mal am besten noch ne Runde Sollte es das auch mal wieder sein Immer wieder ab Okay, gut, das war's dann noch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 100 plus haben wir geschafft. Das fand ich eigentlich recht in Ordnung. Das war's, dann haut rein, Jungs. Ciao. Oh, scheiße. Fehl.